Ich filme gerade auf YouTube, ich habe einen YouTube-Kanal. Was heißt das? Wir haben mich in einen Wohnraum geführt mit Ratten und Ratten machen mich verrückt. Ich war verrückt. Oder irgendwie sowas. Achso. Machst du schon bei den Kunden lachen? Ja. Nein. Ja. Aber meine Wanderschuhe sind da nicht. Das ist halt nicht so komfortabel.